Ich bin Anita Farke und spreche die Exoda Blog News. Kommentar zur Compact-Entscheidung. Faeser hat gespielt und verloren. Kritische Betrachtung zur Compact-Entscheidung. Die Entscheidung des Bundesinnenministeriums unter der Leitung von Nancy Faeser, SPD, bezüglich der Unterstützung des Compact-Formats hat in den letzten Wochen für umfangreiche Diskussionen gesorgt. Anfänglich wurde die Initiative, die darauf abzielte, ein einheitliches Verfahren zur Bekämpfung von Extremismus zu etablieren, von vielen als positiv empfunden. Allerdings scheint sich das Blatt gewendet zu haben, als die Details der Durchführung ans Licht kamen. In ihrem Bestreben, eine klare Strategie gegen Rechtsextremismus zu implementieren, hat Faeser nicht nur auf die Unterstützung des Bundes gesetzt, sondern auch auf die Zusammenarbeit mit den Bundesländern gehofft. Diese Kooperation sollte, so die Annahme, die Basis für effektive Maßnahmen im Kampf gegen verfassungsfeindliche Bestrebungen bilden. Hier ist die Übersetzung des Textes ins Deutsche. Jedoch stand bereits zu Beginn der Diskussionen die Frage im Raum, ob die angestrebten Ziele tatsächlich durch diese Zusammenarbeit erreicht werden könnten. Die zunächst euphorische Reaktion der politischen Landschaft wurde rasch durch Bedenken über die Praktikabilität des Konzeptes abgelöst. Kritiker hoben hervor, dass der Ansatz von Faeser nicht ausreichend durchdacht war und dass es an einem klaren Plan fehle, um die verschiedenen Interessen der Bundesländer unter einen Hut zu bringen. Es wurde deutlich, dass unterschiedliche Auffassungen über die Definition und den Umgang mit Extremismus bestehen und dass die angestrebte Zusammenarbeit in der Praxis oftmals ins Stocken geraten könnte. Zusätzlich wurde auch die Rolle der Zivilgesellschaft kritisiert. Viele Stimmen aus dem NGO-Sektor äußerten, dass sie von den Entscheidungsträgern nicht ausreichend einbezogen wurden und dass ihre Expertise in diesem wichtigen Fragenkomplex nicht ausreichend gewürdigt wurde. Diese Missachtung konnte zu einem Vertrauensverlust in die Institutionen führen, was besonders problematisch ist, wenn es um das sensible Thema des Extremismus geht. Die Herausforderungen, die sich durch diese Entscheidung ergeben haben, zeigen deutlich, dass die Ministerin in einem komplexen Spannungsfeld agiert. Der Versuch, sowohl politische Zustimmung als auch gesellschaftliche Akzeptanz zu gewinnen, scheint gescheitert zu sein. In Anbetracht des zunehmenden Extremismus in Deutschland ist es bedenklich, dass die Maßnahmen der Bundesregierung nicht effektiv vorangetrieben werden konnten. Ein weiteres Problem ist der Zeitfaktor. Während die Bundesregierung durch die Compact-Entscheidung eine schnelle und effektive Lösung anstrebt, zeigt die Realität, dass solche Systeme oft Jahre benötigen, um ihre volle Wirkung zu entfalten. Hier könnte die ungeduldige Erwartungshaltung der Wähler und das politische Tagesgeschäft zu einer gefährlichen Abkürzung der notwendigen gründlichen Diskussionen führen. Zusammengefasst lässt sich sagen, dass die Compact-Entscheidung ein komplexes und spannungsreiches Thema darstellt. Die Ministerin hat mit ihrer Initiative versucht, rational auf eine sehr emotionale und gesellschaftlich brisante Frage zu reagieren. Dennoch sind die gemachten Schritte bisher als unzureichend zu bewerten. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Situation weiterentwickeln wird und ob sich die aktuelle Skepsis als gerechtfertigt erweist oder ob Feser noch zeitnahe positive Ergebnisse präsentieren kann. Die Entwicklung dieser politischen Thematik bleibt somit spannend und zeigt, dass trotz guter Intentionen die Umsetzung entscheidend für den Erfolg oder Misserfolg ist. Autor Anita Farke Mittwoch, 14. August 2024 Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen. Petro Mittwoch, 15. August 2024 ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020